Bei mir ist jetzt Thomas Jasumbek, der Koordinator der Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung. Sie kennen Matthias Maurer auch gut, Sie haben ihn oft getroffen. Das ist ein deutscher Astronaut, ein europäischer Astronaut, um es genau zu sagen, weil er im Europäischen Chor ist. Das ist ja auch mal wieder für die Deutschen eine Person, die in der Wissenschaft und in der Raumfahrt eine wichtige Person ist. Ja, also ich freue mich erst mal sehr, dass das jetzt klappt. Ich war 2019 für Deutschland Verhandlungsführer für die Budgets bei der Europäischen Raumfahrtagentur. Und da haben wir das ausverhandelt, auch den Flug von Matthias Maurer. Und was ich ein sehr positives Signal finde, ist, dass er im Weltraum auf der ISS Thomas Pesquet, dem französischen Astronauten, die Hand schütteln wird. Und das ist ein gutes Zeichen deutsch-französischer Freundschaft. Und Matthias Maurer selbst ist auch wirklich ein außergewöhnlicher Astronaut. Er ist der Einzige, der qualifiziert ist für Außenbordeinsätze mit dem russischen Raumanzug wie mit dem amerikanischen. Er kann nicht nur Deutsch, Saarländisch, natürlich Englisch. Er kann auch Russisch und Chinesisch und wäre auch auf dem chinesischen Modul geflogen. Ein hochintelligenter Mann und ein echter Sympathieträger, wie ich finde. Also er hat mal gesagt, bei diesem Außeneinsatz ist nicht der Außeneinsatz das Problem, sondern dass ich während des Außeneinsatzes auch noch Russisch sprechen muss, was ja noch nicht so ganz einfach ist. Welche Bedeutung hat denn aus Ihrer Sicht für Deutschland die Raumfahrt? Die Raumfahrt hat eine super große Bedeutung und sie wird halt mit den Astronauten immer sichtbar. Aber allein das ganze Thema Klimawandel und was wir jetzt machen wollen, um klimaneutral zu werden, das würde ohne Raumfahrt gar nicht funktionieren. Wir hätten ja gar kein Bild von der Erde. Wir könnten auch nicht messen, in welchen Atmosphären, Schichten, wie viel Methan ist, wie sich das über die Welt verteilt. Temperaturen in Meeren, das Schmelzen der Polkappen. Das ist nur ein Beispiel. Und jeder, der halt sein Smartphone anmacht und mit Google Maps oder anderen Dingen navigiert, macht das halt auch per Navigationssatelliten. Und insofern ist die Raumfahrt etwas, was man nicht immer sieht, was aber das tägliche Leben unglaublich prägt. Jetzt sagen einige Kritiker, na das ist ja toll, was ihr da macht, aber das müsst ihr ja nicht unbedingt mit Astronauten machen. Noch haben wir keine Roboter, die fliegen können. Auch wenn wir mit Simon eine Art fliegende Alexa haben, in der zweiten Version jetzt auf dieser Mission gibt es ein sehr lustiges Video auf YouTube mit Alexander Gerst, wo Simon ihm irgendwann vorwirft, er wäre gemein. Und so, man merkt, die Maschinen werden langsam launisch, je intelligenter sie werden. Und das ist für uns auch ein wichtiges Element. Aber der Mensch selbst, sagen auch manche, ist das größte Experiment. Also was tut das mit dem Menschen? Wie verändert er sich? Und natürlich gibt es ja auch die Pläne, auch zum Mars überzusiedeln. Und das alles werden wir auch tatsächlich im erdnahen Orbit austesten. Jetzt haben wir so immer im Kopf den Film 2001. Und da gibt es dann den Streit zwischen Computer und dem Astronauten. Werden wir mal in eine solche Situation kommen, dass wir überlegen müssen, wollen wir lieber einen Astronauten haben oder lieber den Computer uns leiten lassen? Ja, ich mache ja auch noch digitale Themen. Und ich glaube, bei der künstlichen Intelligenz, der Superintelligenz, Singularity, diese Diskussionen wurden ja in den letzten Jahren geführt. Werden die Maschinen irgendwann schlauer als wir? Aber ich glaube, viele, die heute Maschinen bedienen, haben den Eindruck, dass sie noch nicht ganz so schlau sind. Und insofern ist das ein Thema, das steht uns noch weit bevor. Ich glaube, Maurer ist jetzt ein super Astronaut und Gerst auch, unsere beiden in dem Chor. Und wir haben ja noch weitere Themen. Die Frage wird ja sein, wer geht denn eigentlich auf den Mond, wenn die Amerikaner jetzt zum Mond fliegen. Wir liefern übrigens für das amerikanische Mondraumschiff die Technologieplattform. Also das halbe Raumschiff kommt aus Bremen. Und da werden natürlich zuerst amerikanische Cruises fliegen. Aber da werden auch Europäer dann dabei sein. Und ich bin sehr dafür, dass wir uns hier auch anstrengen, dass das Hand am Ende auch einer von den beiden wird, Gerst oder Maurer, die dann halt als erster Europäer den Fuß auf den Mond setzen. Herr Zunberg, danke schön, dass Sie bei mir waren. Andreas Mattfeld ist bei mir, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Haushaltsausschusses. Wir haben gerade gehört, er bekommt saarländisches Essen. Das ist ein kleiner Teil des Budgets, der größere Teil, den verwalten unter anderem Sie. Da geht es um unglaubliche Summen. Also wenn wir schauen bei der ESA, das sind 400 Millionen pro Jahr alleine für die ISS. Wie rechtfertigen Sie das? Ja, natürlich stelle auch ich mir immer die Frage, ist das gut angelegtes Geld? Ich habe auch Kollegen im Deutschen Bundestag, die sagen mir, Mensch, Andreas, du in deinen Haushaltstiteln immer mit der Raumfahrt. Mir würde es schon reichen, wenn die Brücke über die Weser, über den Rhein oder über andere Flüsse erneuert werden. Aber ich glaube, das ist zu kurzsichtig gedacht. Wir müssen sehen, was wir durch die Raumfahrt für unser Land, für Europa alles erreichen. Und Kollegen haben es bereits erläutert. Ohne Raumfahrt sind viele Dinge nicht machbar. Von Navigation angefangen, über Klimapolitik bis hin letztendlich auch zur Ernährung unserer Welt, sprich Landwirtschaft. Und insofern alles, was wir auf der ISS machen, wird auch uns irgendwann zugutekommen. Mal darüber hinaus, dass auch die ISS ein internationales Programm ist, wo wir übrigens auch mit den russischen Freunden in dieser Angelegenheit als einer von ganz wenigen Bereichen noch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Insofern zahlt der deutsche Steuerzahler nur über das Wirtschaftsministerium. Hinzu kommt noch das Bildungsministerium und noch andere Ministerien. Aber im Wirtschaftsministerium 2,7 Milliarden Euro nur für die Luft- und für die Raumfahrt. Das sind enorme Summen. Sie haben gerade gesagt, das ist gerechtfertigt dadurch, dass man dort arbeitet an wichtigen Themen wie Klima zum Beispiel. Klimaänderungen können wir aus dem Weltraum sehr genau beobachten und auch vorhersagen. Es geht ja nicht nur um den Wetterbericht. Und insofern, was gibt es denn da in der Zukunft noch, was uns sozusagen auf der Erde nützen wird? Matthias Maurer macht über 100 Experimente. Einige Experimente, etwa zum Beispiel zum Beton, sind ja auch wirklich wichtig für uns. Was kommt da noch? Was können wir noch erwarten für dieses Geld? Wenn ich das wüsste, würde ich in eine Glaskugel gucken. Aber ich bin mir ganz sicher, wir werden im medizinischen Bereich vieles schaffen. Wir werden auch Bereiche wie Pflege auch, weil doch viele Aspekte auch auf der ISS dort zumindest in Ansätzen bearbeitet werden, erforschen. Wir werden dann, und das habe ich angekündigt, auch im Bereich der Landwirtschaft vieles machen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch Abermillionen von Menschen gibt, die Hunger leiden auf der Erde. Das sind alles elementare Dinge, wo auch die ISS dazu beitragen kann, als unsere stationäre Station in der permanenten Beobachtung übrigens mit Menschen vor Ort zu erforschen und dann das Ganze auch weiterzutragen hinterher in Projekte, die auch hier in der Erde, auf der Erde umgesetzt werden. Und das Ganze ist natürlich eine enorme Summe. Allein aus dem deutschen Haushaltstopf bekommt die ESA im vergangenen Jahr 920 Millionen Euro, wo auch diese Mission herausfinanziert wird. Jetzt haben wir etwas Privatisierung, Kommerzialisierung sind so die Begriffe, also eine Änderung auch in der Raumfahrt hin zu Firmen, die sich darum kümmern. Nicht nur die ESA, nicht nur das DLR, nicht nur die NASA, sondern die Privatisierung schreitet da voran. Hat das Vorteile? Müssten die günstiger sein von den Preisen? Also ich habe vor zwölf Jahren angefangen, mich mit der Luft- und Raumfahrt zu beschäftigen. Und wenn ich sehe, was in dieser Zeit an Wettbewerb stattgefunden hat, ist das ein gigantischer Sprung. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Wettbewerb heute haben. Denn hätten wir ihn nicht, würden wir auch in der Kostenerwartung oder Kostenexplosion heute an ganz anderen Stellen ansetzen, als da, wo wir heute sind. Der Wettbewerb führt letztendlich dazu, auch als Vorteil für den Steuerzahler, dass diese Raumfahrt günstiger wird im letzten Aspekt. Und Wettbewerb belebt hier immer das Geschäft. Und wenn wir uns anschauen, was auf dem amerikanischen Sektor derzeit passiert, dann sind das schon Sprünge, die viel weiter sind als bei uns. Und wenn wir bei uns schauen, was wir gerade im Bereich von Micro-Launch, von kleinen Startraketen haben, da wird sich im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren richtig was tun. Auch das ist positiv letztendlich für den Steuerzahler, weil es in der letzten Konsequenz dazu führt, dass Raumfahrt auch immer ein Stück weit günstiger wird. Wir haben ja so ein bisschen den Eindruck, das, worüber im Augenblick gesprochen wird, ist, dass so ein paar Milliardäre in den Weltraum fliegen und sich mal so ein bisschen in der Schwerelosigkeit umtun. Das kann aber nicht Ziel der privaten und kommerziellen Raumfahrt sein. Wie kann man das miteinander verbinden? Wie kann man das miteinander verbinden? Zunächst einmal ist das, ich sage es mal, eine Sache, um die Raumfahrt auch in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Das ist immer noch Hochtechnologie. Das ist auch immer nicht irgendwie etwas, was man mal eben so nebenher macht. Insofern ist das sicherlich als, ich sage es mal, Werbeeffekt eine tolle Sache. Aber wir wollen ja etwas schaffen, nicht nur für ein paar Millionäre, Milliardäre auf dieser Welt, sondern wir wollen etwas schaffen, dass auch Lieschen Müller bis ins letzte Haus davon einen Vorteil hat. Wie das letztendlich in den kommenden Jahren geht, das ist natürlich nicht meine Aufgabe als Haushälter. Da wird unser deutsches Luft- und Raumfahrtinstitut arbeiten, da wird die ESA arbeiten und da sind wir mal sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tut. Wir haben ja viele Dinge vor, ob das die Raumstation ist, bis hin jetzt auch zu den Mondmissionen. Danach wollte ich gerade fragen, wenn man jetzt den nächsten Schritt geht, nämlich die sogenannte Gateway hin zum Mond, wird das dann noch teurer? Das wird sicherlich Geld kosten. Wir sind dabei mit dem Modul, dem Deutschmodul für die Orion-Mission. Darauf sind wir sehr stolz. Was es letztendlich kostet, da sind wir in den nächsten Jahren sehr gespannt. Bislang habe ich noch kein Preisschild bekommen. Ganz herzlichen Dank. Wir haben gerade gesehen, Andreas, ja, drüben wird die Pressekonferenz vorbereitet und in die gehen wir jetzt live rein. Dankeschön. Bitte schön.